Hallo, ich möchte nach Deutschland fliegen. Ich möchte über die Feste in Deutschland lernen. Hallo, ich möchte nach Deutschland lernen und heute lernen wir Deutsch. Ja, betul. Hari ini kita akan belajar Bahasa Jerman. Dan bersama kita pada hari ini adalah Frau Bavi. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Hallo alle zusammen. Ja, bitte schön. Ja, ok. Heute lernen wir ein bisschen über Deutsch, ok. Ich heiße Frau Bavi und hier sind meine Schülerinnen. Ok. Hallo, Schülerinnen. Ok. Und zuerst, das ist Rona. Ok. Und das ist Yashini. Das ist Balkis. Und das ist Vaidishwari. Ok. Hallo zusammen. Ok. Herr Sean, heute nehmen wir ein einem Volksfest teil. Möchtest du mitkommen? Ja, bitte. Ok. Aber vergiss bitte nicht, wir bringen die lieben Schülerinnen auch zusammen. Komm, wir gehen zusammen. Jo. 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 Ich möchte tanzen und singen. Und, Yashini, musst du etwas sagen? Das Volksfest sieht ganz toll aus. Ah, schön. Und was denkst du? Ja, ich denke es war sehr interessant. Aber ich wollte ja fragen, was lernen wir eigentlich heute? Ah, okay. So, heute lernen wir ein bisschen über die Feste in Malaysia und in Deutschland. Ach so. Okay, bitteschön. Okay, gut. Also, wir machen jetzt weiter. Hier, heute haben wir einige Worte und Vokabeln, die mit Feste in Deutschland, die wir lernen möchten. Okay? Und wir machen jetzt weiter. Okay? Okay. Und heute teilen wir auch ein bisschen über unsere Erfahrungen auch. Okay. Und welche Feste feiern wir heute? Die Vokabeln sind... Okay, die Vokabeln lernen wir ein bisschen. Und, Yashini, musst du zuerst probieren? Okay. Was ist das? Die Kleinigkeit. Okay. Ah, gut. Gut. Richtig. Also, jetzt machen wir weiter. Was ist das, Balkis? Möchtest du probieren? Die Alipkuchen. Mhm. Die Alipkuchen. Also, gut. Weiter. Okay. Was ist das bei dich, Willi? Die Kettchen. Mhm. Mhm. Richtig. Also, weiter. Was ist das, Rona? Die Wurst. Ähm, bist du sicher? Wahrscheinlich möchtest du nochmal bitte probieren? Oh, Entschuldigung, Frau Bavi. Mhm. Die Wurst. Sehr gut. Also, wir machen jetzt weiter. Okay. Was ist das, Yashini? Bitte. Die Trahten. Sehr gut. Ha, sehr gut. Also, wir machen weiter. Und, kennst du das, Balkis? Ähm, der Weihnachtsmart. Mhm. Und, wir machen jetzt weiter. Okay. Was ist das? Bitte, bei dich, Willi. Das Weihnachtsmart. Ähm, ich glaube, etwas ist falsch da. Kannst du bitte nochmal probieren? Ja, Frau Bavi. Hmm, der Weihnachtsmart. Sehr gut. Okay. Normalerweise, man, diese artikel, is der. Okay. So, ja, genau. Und, wir machen jetzt weiter. Was ist das, Rona? Der Weihnachtsmart. Ah. Schön. Okay. Wir machen jetzt weiter. Was ist das? Bitte, Yashini? Ja. Ah, das ist die traditionelle Kleidung in Deutschland. Okay. Und, gut. Weiter, bitte. Ähm, Balkis? Die Lederhose. Ha, richtig. Die Lederhose. Ja, richtig. Also. Sehr gut. Was ist das? Bei dich, Willi, bitte. Das Weihnachten. Sehr gut. Also, wir machen jetzt weiter. Was ist das, Rona, bitte? Das Oktoberfest. Mhm. Okay. Und, wir machen jetzt weiter. Was ist das? Yashini, bitte. Der Silvestre. Sehr gut. Okay. Ihr habt das ganz gut gemacht. Und, was ist das? Balkis. Das Ustchen. Mhm. Toll. Okay. Sehr gut. Weiter. Weiter, Shori. Der Fasching. Ha, gut. Okay. Und, die letzte. Was ist das, Rona? Der Karneval. Mhm. Gut. Sehr gut. Frau Babi. Ja, bitte. Ist Fasching und Karneval gleich? Ja. Sie sind gleich eigentlich. Und, sie feiern das normalerweise in Deutschland. Okay. Und, ja. Das ist das. Aha. Sehr gut. Und, für die Studenten, bekommen die irgendwas? Ja, gerne. Also, sie haben sehr gut heute gemacht. Ja. Und, jeder bekommt einen sticker. Einen sticker. Ja. Sehr gut. Bravo, alle. Also, hier. Oh, moment. Das ist für Yashini. Die erste. Okay. Okay. Okay, Yashini. Und, auch für Vitesuari. Mhm. Gut. Für Balkis. Moment. Ja. Und, noch eine für Rona. Rona. Die haben alle gut gemacht. Ja. Sehr gut. Also. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Jetzt kurz die Chefruit. Dannим wir ein bisschen wieder rein. jaws mit i die Diede TV KPM. D-Date TV KPM Hallo alle zusammen, ihr schaut D-Date TV KPM, heute lernen wir Deutsch. Ich bin Sean Steven mit Frau Bavi. Also, können wir weitermachen? Ja, gerne. Also, und diese segment machen wir wo feiert man was. Okay. Und hier habe ich eine Liste von die Feste in Malaysia. Okay. Zuerst ist Silvester. Okay. Danach ist Lichterfest. Lichterfest. Ja. Und das ist chinesisches neues Jahr. Und weiter haben wir Zuckerfest. Zuckerfest. Und die letzte ist Weihnachten. Okay. Und weiter habe ich eine Liste von den Feste in Deutschland. Kannst du mir bitte helfen, Sean? Gerne. Okay. Gut. So, zuerst haben wir Fasching. Fasching, ja. Okay. Und weiter ist Silvester. Silvester. Und die letzte ist auch Weihnachten. Weihnachten. Also, gut. Okay. Jetzt machen wir ein kleines Spiel. Und wir spielen ein bisschen mit unseren lieben Schülerinnen. Oh, sehr toll. Okay. 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 So, hier gibt es einige Karten. Kannst du das bitte schauen? Okay. Ah, schön. Okay. Und die Karten gibt es von Nummer 1 bis Nummer 12. Okay. Und jede Person muss zwei Bilder nehmen. Das bedeutet, zwei Karten nehmen. Und wir sollen das entscheiden, ob sie passen oder nicht. Ah, so. Okay. Und wenn sie passen, sagen wir, welches Fest das ist und wo man das feiert. Okay. Okay. Ich mache ein kleines Beispiel. Okay. Und jetzt nehme ich, ich glaube, ich nehme Nummer 1. Nummer 1. Die erste, wie immer. Okay. Ich drehe das, ja. Mhm. Und auch die letzte. Letzte, Nummer 12. Die letzte ist Nummer 12, ja. Okay. Moment. Hier. Okay. Passen das? Hm, ich glaube es... Herr Sean und liebe Schülerinnen, passen das? Ich glaube, die passen, ja. Mhm. Und die Schülerinnen, passen das? Ah, sie sagen, dass es passen. Gut. Okay. Und das ist chinesisches neues Jahr. Okay. Mhm. Normalerweise feiert man chinesisches neues Jahr in Malaysia. Okay. Okay. Seid ihr bereit, Schülerinnen? Seid ihr bereit? Gut. Okay. Jetzt spielen wir zusammen. Okay. Yashini, kannst du bitte zuerst anfangen? Deine Nummer bitte? Ähm. Nummer 3 und... Nummer 3 und welche Nummer? Nochmal bitte? Nummer 8. Nummer 3 und Nummer 8, bitte Sean. Okay. 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 Passen das? Ich glaube, leider nicht. Möchtest du es nochmal bitte probieren? Okay. Okay. Yashini, bitte? Ja, kannst du das bitte... Achso, Nummer 3 auch? Ja. Okay, mache ich. Kein Problem. Yashini, bitte nochmal. Ich nehme Nummer 3 und Nummer 9. Okay, 3 und 9, bitte Sean. Und Nummer? Es braucht ein bisschen Zeit. 9. Mhm. Okay. Ah, toll. Ich glaube, das passt schon. Was ist das, Yashini? Ähm, das ist Silvester. Normalerweise feiert man Silvester in Malaysia und... Okay. In Malaysia und... Bitte? In Malaysia und Deutschland. Ah, schön. Sehr gut. Sehr gut. Wir machen jetzt weiter mit Balkis. Bitte? Deine Nummer. Nummer 2 und Nummer 8. Okay. Zwei und 8, bitte Sean. Zwei und Nummer 8. Ha, das passt schon. Also, bitte Balkis, was ist das? Das ist Weihnachten. Mhm. Und wo feiert man das? Normalerweise feiert man Weihnachten. Normalerweise feiert man Weihnachten in Malaysia und Deutschland. Sehr gut. Also, wir machen jetzt weiter mit Y-Dishwari. Bitte? Äh, Nummer 5 und Nummer 7. 5 und 7, bitte Sean. Okay, mache ich. 5 und 7. Also, hier. Ah, ich glaube, es geht nicht. Nochmal, bitte. Okay. Hm, Nummer 5 und Nummer 6. Okay, 5 und 6, bitte. Okay. Ja. Und hier? Okay, das geht schon. Also, was ist das bei Dishwari? Das ist Lichtefest. Das normalerweise feiert man Weihnachten in Malaysia. Ha, ganz gut. Also, wir machen jetzt weiter mit Rona, bitte. Ich nehme Nummer 10 und Nummer 11. 10 und 11. 10. Sie sind neben einander. Und? 11. Oh, was ist das? Ha, schön. Was ist das, Rona? Das ist Fasching. Normalerweise feiert man Fasching in Deutschland. Okay, die letzte haben wir noch zwei Nummern. Ja. Und ich glaube, du kannst das antworten, Sean. Okay, mache ich. Ich probiere. Gerne. Nummer 4. Das ist Nummer 4 und 7. Mh, es gibt hier Kartufat. Das ist ganz lecker. Und das hier. Ach so. Ich glaube, das ist Zuckerfest. Ja. Sehr gut. Zuckerfest. Also. Wo feiert man Zuckerfest normalerweise? Normalerweise feiert man Zuckerfest in Malaysia. Ah, sehr gut. Okay, du hast es ganz gut gemacht. Also, jetzt geben wir einen Sticker, Sticker für unsere Schülerinnen, bitte. Okay, für jede, ja? Eine Sticker? Sie haben ganz gut gemacht heute. Sehr gut. Okay, Moment. Bin sehr stolz. Eine für Yashini. Mhm. Eine für... Für Valdishwari, ja. Auch für Valkis. Valkis. Und Rona. Rona. Okay, ganz schön. Ja. Also, sehr gut. Ihr alle hat gut gemacht. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, ja? Ja. So machen wir eine kleine Pause. Sekarang, kita akan belajar seketika. Kembali Summler, selepas ini di slot menengah atas di Direktivik KPM. D-Date TV KPM. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Ha, ha, ha. Anda sedang menonton slot menengah atas di Direktivik KPM. Hari ini kita belajar bahasa Jerman. Baiklah, Encik Gu, jom kita teruskan. Ja, was bekomme ich? Ich glaube, es gibt viele Sachen da. Ja. Und komm, jetzt, wir sehen das zusammen. Okay? Okay. Ha, es gibt sehr viel. Okay. Ja. Was ist das, Sean? Hm, das ist ein oder das ist der Spiegel. Mhm, ja. Okay. Ah, okay. Und weiter. Ah, das ist ganz schön. Rot. Oh. Was ist das? Das hier, hm, das Kleid. Ha, sehr gut. Also, jetzt fragen wir unsere Schülerinnen wahrscheinlich, okay? Was ist das? Ähm, bei dich, Feli, bitte. Was ist das? Kennst du das? Das Mineral Wasser. Ja, sehr gut. Also, und was ist das, Sean? Oh, wow. Soll ich antworten? Ja, bitte. Das ist der Schal. Mhm, gut. Und was ist das? Balkes, bitte. Oh. Äh, die Ambein Uhr. Aha, nein, glaube ich. Ähm, nochmal, bitte. Was ist das? Die Ambein Uhr. Das ist die Ambein Uhr. Aber was ist das? Es sieht wie ein... Ja. Hm, irgendwas anderes. Mhm. Normalerweise, ich glaube... Okay, Sean, musstest du wahrscheinlich Balkes helfen? Ja, ich probiere, ja. Ja, ich glaube, das ist, ähm, das Geschenk. Sehr gut. Also, das ist gut. Und das, was ist das jetzt, Balkes? Das ist die Ambein Uhr. Mhm, okay, gut, ganz gut. Also, und was ist das schon? Oho. Ich glaube, du kennst das schon. Hm, soll ich antworten? Mhm, bitte. Das ist das Handy. Ja, genau. Ja? Sehr gut. Hallo. Ja. Also, jetzt machen wir weiter. Wir lernen ein bisschen heute. Ja. Okay. Okay, und was wünsche ich, okay, für jedes Fest? Okay, und ich erkläre zuerst, okay, zuerst frage ich, was wünsche ich oder was wünscht du oder was wünscht ihr für jedes Fest? Und danach, man muss antworten, ich wünsche mir, okay? Wir benutzen hier Dativ, okay? Es gibt zwei Objekte. Objekt eins, wir benutzen Dativ. Das bedeutet, ich, ich bin hier, ich wünsche, ich möchte etwas und ich wünsche das hier, für mich selbst, okay? Ich wünsche mir, okay? Und die zweite Objekt ist Akkusativ, okay? Zum Beispiel, Artikel das, man benutzt ein, okay? Artikel die, man benutzt eine, okay? Okay, Artikel der, man benutzt, was ist das schon? Einen. Sehr gut, okay, man benutzt einen, okay? Wir probieren das, okay? Wir machen weiter. Schon, kannst du bitte fragen, diese Frage für mich stellen? Okay, bitte. Ja. Was wünscht du, Moment, ich sage mal nochmal, ja? Was wünscht du dir zum Osten? Aha, okay. Und ich antworte, ich wünsche mir eine Kamera, okay? Versteht ihr, liebe Schülerinnen? Ja oder nein? Ja, okay. Ja, Frau Bob. Gut, ganz gut. Wir machen jetzt weiter, okay? Und jetzt zuerst frage ich Yashini, okay? Yashini, bist du bereit? Okay, gut. Und Yashini, was wünschst du dir zum Weihnachten? Ich wünsche mir ein Kleid. Aha, und ein Kleid bitte schon. Hier? Ah, gut. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir weiter. Yashini, kannst du bitte Balkis fragen? Ich glaube, Balkis möchte antworten. Ja, Frau Bazi. Balkis, was wünschst du dir zum Zuckerfest? Ich wünsche mir einen Schall. Einen Schall, bitte. Ah, toll. Okay, gut. Und jetzt, Balkis, kannst du bitte Weidishwari fragen? Ja, Frau Bavi. Weidishwari, was wünschst du dir zum Lichterfest? Ich wünsche mir eine Arbeiduhr. Ah, eine Arbeiduhr, bitte. Ah. Ah, ganz schön. Also, Weidishwari, kannst du jetzt bitte Rona fragen? Ja, Frau Bavi. Rona, was wünschst du dir zum chinesisches neues Jahr? Ich wünsche mir einen Lippenstift. Okay, einen Lippenstift. Ich glaube, es gibt hier noch. Noch einer? Ja, wo ist das? Okay, dieses Lippenstift. Ach so, Lippenstift. Aber Rona, bitte. Ich glaube, etwas fehlt. Kannst du das nochmal bitte probieren? Ich wünsche mir einen Lippenstift. Sehr gut. Okay, ganz gut. Okay, Rona, jetzt ist Herr Schon dran. Ach so, okay. Kannst du bitte Herr Schon fragen? Ja, Frau Bavi. Herr Schon, was wünschst du dir zum Silvester? Hm, ich wünsche mir, ähm, hm, okay. Ich wünsche mir ein Geschenk. Mhm, ganz gut. Also, Schon. Ja. Okay, jetzt kannst du noch eine Frage stellen. Okay. Ja, du kannst irgendjemanden fragen. Okay, vielleicht, ich kann Balkis fragen, ja? Okay, ich probiere. Ja, bitte. Balkis, was wünschst du dir zum Zuckerfest? Bitte, Balkis. Ich wünsche mir ein Handy. Oh, ein Handy. Ah, ganz schön. Okay, gut. Also, ich glaube, unsere Schülerinnen haben ganz gut gemacht. Ja. Und wir geben auch noch einen Sticker. Einen Sticker für alle? Ja. Sehr gut gemacht. Okay. Wir fangen mit Rona an. Und dann für auch Balkis. Ja. White is Wari. Mhm. Und Yashini. Ah, toll. Sehr gut gemacht. Okay, gut. Ja. Und jetzt, machen wir eine kleine Pause. Sekarang, kita akan bemerkati seketika. Kembali semula selepas ni di slot menengah atas di Direktivik KPM. Ho, ho, ho. D-Day TV, KPM. Hallo, Zuruk mit Direktivik KPM. Ihr schaut slot menengah atas. Dan hari ini, kita belajar bahasa Jerman. Baiklah, Cikgu. Jom kita teruskan. Ja. Okay, weiter machen. Also, wir machen jetzt weiter. Und hier lernen wir ein bisschen über die Feste, die wir feiern. Okay? Okay, und was mache ich ist, ich habe hier ein kleines Bild. Okay, Sean, kannst du das sehen? Ja, kann ich. Okay. Okay, und das ist ein Column. Okay? Ich habe das selbst gemacht. Oh, wow. Ja, schön, oder? Sehr schön. Schülerinnen, schön, ganz schön für euch. Ah, okay, gut. Okay, so. Ich feiere Listefest, okay? Und Listefest feiert man in Oktober, aber manchmal auch in November. Okay? Und zum Listefest esse ich Murukur und Ladu. Okay? An diesem Tag trage ich Sari. Okay? Und normalerweise spiele ich Kater. Okay? Und esse ich viel mit meiner Familie. Okay? Das ist meine Erfahrung für Listefest. Okay? Jetzt fragen wir unsere Schülerinnen. Okay? Ja. Ja, Shini, bist du bereit? Ah, sie hat schon ein Bild. Okay? Das ist ein Weihnachtsbaum. Mhm. Ich feiere Listefest, aber ich möchte meine Erfahrung mit Weihnachten erzählen. Mhm. Ich feiere Weihnachten mit meiner Freundin. Weihnachten feiert man im Dezember. Zum Weihnachten esse ich Torte und Kuchen. Mhm. An diesem Tag trage ich Kleid. Ah. Normalerweise esse ich viel und singe lieb mit meinen Freundin. Mhm. Gut. Ich glaube, das ist eine gute Erklärung und auch eine gute Erfahrung. Herr Sean? Ja. Ja. Kannst du bitte einen Sticker für Yashini geben? Mache ich. Sehr gut, Yashini. Mhm. Ja. Ah, ganz gut. Kommst noch einer. Okay? Und jetzt machen wir weiter mit Palkis. Bitte. Deine Erfahrung. Ah, sie hat schon ein Schildesbild. Bin ich. Bin ich. Das bin ich mit meiner Familie. Mhm. Ich feiere Zuckerfest. Zuckerfest feiere mein in Shawal na Muslinisches Kalender. Ähm. Ich feiere ich. Zuckerfest esse ich. Ketupat und rendang. Mhm. Ähm. 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 Maler weiter bis meine Verwandten mit meiner Familie. Ah, ganz schön. Also, noch ein Sticker für Balkis, bitte. Bravo. Bravo. Mhm. Ja. Okay, gut. Risch. Also, wir machen jetzt weiter die dritte. Okay, bei der Schweri, bitte. Das bin ich mit meiner Familie. Mhm. Ähm. Ich feiere Listefest. Listefest? Listefest feiert mein im Oktober oder November. Mhm. Zum Listefest esse ich Thorse und Idli mit Hunchenkari. An diesem Tag trage ich länger. Normalerweise bei der E. Morgans mit Ul. Okay, gut. Sehr gut. Ganz schön. Okay. Und auch ein Sticker für Balkis, Schweri. Okay. Sehr gut. Mhm. Okay. Die letzte haben wir Rona. Okay. Rona hat etwas anderes für uns. Okay. Ah. Sie doch. Das ist meine Oma und Tante. Mhm. Ich feiere Keamatanfest. Keamatanfest feiert man im Mai. Mhm. Zum Keamatanfest esse ich Linopold und Boso. An diesem Tag trage ich Sinombiaka. Normalerweise koche ich das traditionelle Essen mit meiner Mutter und tanze ich zusammen mit meiner Familie. Ah, ganz schön. Sehr gut. Weißt du was, Sean? Mhm? Rona eigentlich kommt aus Sabah. Ach so. Ganz weit von hier. Ja, genau. Und ich glaube, sie soll zwei Sticker bekommen. Zwei Sticker? Ja. Sehr gut. Bravo. Etwas extra. Ach so. Für Rona. Schön. Also, gut. Und, okay. Vergiss bitte nicht. Sean, ich glaube, du hast auch ein Bild, oder? Ja, ich habe hier. Ah, das hier. Das sieht sehr lecker aus. Mhm. Also, hier in meinem Bild, es gibt hier Kekse. Ah, okay. Also, weil ich Weihnachten feier. Mhm. So, hier, es gibt hier Kekse, die sind ganz süß. Mhm. Und normalerweise, für Weihnachten, es ist viele Kekse. Ah, okay. Weil, nur wenn Weihnachten ist, kann man diese solche Kekse bekommen, ja? Mhm. Also, ich probiere, ja? So, antworten. Ja, bitte. Ich feiere Weihnachten, und Weihnachten feiert man im Dezember, okay? Zum Weihnachten, äh, esse ich Kekse und Kuchen und Essen, die meine Mutter gekocht habe, ah, gekocht hat. Und, ähm, an diesem Tag trage ich, äh, neue Kleid, ja? Neue Kleidung, ja? Ja, normalerweise. Und, ach, ach, jo, ach ja, äh, normalerweise, ähm, sind wir zusammen im Haus und wir essen zusammen und manchmal singen wir auch, äh, Lieder, Weihnachten Lieder. Ah, okay, schön. Das ist eine sehr schöne Zeit. Ah, okay, gut. Und du hast auch gut gemacht. Danke. Okay, okay, gut. Also, jetzt machen wir eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Zusammenfassung, okay, mit unseren Schülerinnen. Ja. Also, ähm, ja, Shini, ich habe eine Frage hier, okay? Und, äh, welche Feste feiert man in Deutschland? Welche kennst du? Ähm, Felsching or the Carnival. Mhm. Mh, Mh, Osten, Mh, Oktoberfest, Mh, Weihnachten und... Und, was noch? Wolltest du noch etwas sagen? Oder nur alle, nur das? Ah, okay. Ich glaube nur das. Okay. Okay, feel good. Okay, good. Also, jetzt fragen wir Balkis. Okay, Balkis, was ist dein Lieblingsfest in Deutschland? Welche magst du gern? Mhm. Ich mag gerne Osten. Mhm. Und warum? Die Kinder dekorieren mit Eier. Mhm. Mhm. Okay, gut. Das finde ich interessant. Ah, okay. Ja. Das finde ich auch interessant. Das macht Spaß, oder? Aha. Und die Eier sind ganz bunt und viele Farben. Das ist wirklich schön. Mhm. Okay, gut. Also, wir machen weiter mit Weidishwari. Okay, Weidishwari, auch die gleiche Frage. Welche ist dein Lieblingsfest? Ich mag gerne die Fasching. Mhm. Und warum? Man singt und tanzt viel. Ah, okay, gut. Also, jetzt machen wir weiter mit Rona. Okay? Ja. Und Rona, bitte. Was ist dein Lieblingsfest in Deutschland? Mein Lieblingsfest ist Weihnachten. Mhm. Und warum, bitte? Man isst und kocht will. Ah, okay. Ja, man macht das auch, oder? Ja. Hast du das einmal in Deutschland erlebt? Ähm, für Osten oder für Weihnachten? Weihnachten, ja. Aha. Und es gibt ja einen Weihnachtsmarkt und da gibt es viele zum Essen und auch zum Trinken. Ah. Ja. Ich glaube, es ist etwas sehr Besonderes als in Malaysia, oder? Ja, weil ich glaube, hier in Malaysia gibt es das nicht, aber in Deutschland ist es ganz groß gefeiert. Ah, okay, schön. Also, unsere Schülerinnen mag das auch gerne. Also, für diese Frage geben wir jeder Person zwei Sticker. Zwei Sticker für jede Person. Okay, gut. Das ist ja ganz toll. Okay. Okay. Also, hier. Ich gratuliere alle Schülerinnen. Die haben wirklich gut gemacht. Ja. Ich bin sehr stolz. Okay, hier. Moment, ich bin ein bisschen langsam hier. Ja, kein Problem. Es gibt viele Sticker, ja. In deiner Zeit. Okay, und das ist alles. Mhm. Und, ähm, bevor wir zum Ende gehen, ja, vielleicht Frau Bavi, kannst du bitte eine kleine Zusammenfassung geben, bitte? Ja. Für Unterricht heute. Aber bevor das, ich glaube, wer hat diese, äh, dieses, alle diese Aktivitäten am meisten Sticker bekommt? Ich glaube, das ist Rona mit sieben Sticker. Ah, gut. Okay. Rona, ich gratuliere dir, aber die anderen haben auch ganz gut gemacht. Okay? Ja. Und jetzt mache ich eine kleine Zusammenfassung, was wir heute gelernt haben. Okay? Heute haben wir ganz viel gelernt, besonders über die Feste in Malaysia und auch in Deutschland. Okay? Wir haben auch an einem Volksfest in Deutschland teilgenommen, okay? Und weiter haben wir auch einige Wünsche gesagt. Ja. Okay? Und, äh, wir machen das mit einigen Sachen, die wir, ähm, die wir wünschen. Okay? Okay? Und am letzten haben wir auch unsere Erfahrungen in Malaysia geteilt. Okay? Okay. Und die Schülerinnen haben auch ganz gut, äh, meine Fragen geantworten. Okay? Und das bin ich, äh, finde ich ganz, ganz gut. Okay? Okay. Ja. Ja. Und er... Wir machen LATIHAN PENGUHUHAL oder LATIHAN TAMBAHAN. Darum, wo wir können Sie diese Aufgaben in unserer KPM-Portalen. Zumberku. Ist das richtig, Sean? Ja, zumberku. Zumberku auf suchen. Okay. Und das ist alles von uns, oder? Ja, genau. Okay. Tschüss dann. Danke, Sean. Danke, Sean. Ja, danke. Tschüss. 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 Tschüss.